Grammys 2023, gequält? Ben Affleck mit diesen Aufnahmen viral. Filmstar Ben Affleck, 50, begleitete seine Ehefrau, Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez. 53, am Sonntag zu den Grammy-Votes in Los Angeles. Lopez, im blau-silbernen Abendkleid, überreichte den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum. Die größte Aufmerksamkeit im Netz kassierte aber ihr Gatte, nachdem ein Foto veröffentlicht wurde. Auf dem Affleck mit teilnahmsloser Mähne neben seiner freundlich lächelnden Frau zu sehen ist. Dieser besondere Moment entstand, als der Oscar-Preisträger im schwarzen Anzug Stevie Wander 72, bei seinem Song Higher Ground zuschaute. Afflecks Blick führte zu einer Vielzahl von Memes und ging in den sozialen Medien viral. Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber bei Dunkin, eine US-Restaurant-Kette. Die Affleck regelmäßig besucht und für die Erwerbung macht, Anmerkung der Redaktion. Twitterte ein Zuschauer und bezog sich dabei auf Afflecks berühmte Donut-Leidenschaft. Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber beim Zahnarzt, schrieb ein anderer. Ben Affleck, blinzeln Sie, wenn es Ihnen gut geht, witzelte eine weitere Zuschauerin. Die damit die Stimmung in den sozialen Medien widerspiegelte. Ein Meme lautete, warum sieht Ben Affleck immer so aus, als wäre er zehn Minuten davon entfernt. Während einer dringend benötigten Rauchpause zu weinen, ein User bedankte sich bei der Kameraregie der Preisverleihungsübertragung, wer auch immer zu Ben Affleck schneidet. Während er immer verzweifelter wird, danke. Anführungszeichen. Es ist nicht das erste Mal, dass Affleck in den sozialen Medien zum Meme wird. Im Jahr 2016 verbreitete sich Saad Affleck wie ein Lauffeuer, als aus einem Interview, das er an der Seite von Henry Cavill, 39, gab, um Batman vs. Superman zu bewerben. Die beiden wurden zu den schlechten Kritiken für ihren Film befragt, und während Cavill die Frage beantwortete, schwieg Affleck mit düsterer Miene. Zu Afflecks Meme-Highlights gehört auch ein Bild von ihm, wie er sich abmüht, mehrere Eiskaffés von seinem geliebten Dunkin' Donuts zu tragen. Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete 2020 unter anderem darüber. Verwendete Quellen, twitter.com, newsweek.com Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete 2020 unter anderem darüber. Das US-Nachrichtenagazin Newsweek Vielen Dank.